Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Lovic und im heutigen Business Podcast geht es um das Thema Mindset. Warum das Mindset der Schlüssel zum Erfolg ist. Wenn du also nichts verpassen willst, dann bleibst du bis zum Ende dieses Podcasts dran und wollen wir wie immer nicht lange drum herum reden und fangen gleich mit dem eigentlichen Thema des Podcasts an. Los geht's. Heute geht es um eine entscheidende Frage. Warum ist das Mindset so wichtig auf dem Weg zum Erfolg? In den letzten Monaten oder in den letzten paar Jahren kommt das Thema Mindset immer wieder verstärkt auf. In verschiedenen Videos, Podcasts, in Fernsehsendungen sogar, in Zeitschriften, auf Events, immer wieder hört man den Punkt Mindset. Mindset, 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 Mindset. Und warum ist das Ganze so wichtig? Warum wird das Ganze von so vielen Menschen da draußen immer wieder hervorgehoben? Das Mindset ist so wichtig, weil das Mindset der Schlüssel zum Erfolg ist. Was möchte ich damit sagen? Wenn Lottogewinner, beispielsweise eine Million, fünf Millionen, zehn Millionen im Lotto gewinnen, verlieren diese Leute dieses Geld relativ schnell, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, wie sie mit dem Thema Geld umgehen sollen. Das Mindset, das richtige Mindset als Unternehmer ist das, was echte Millionäre von Fake-Millionären in Anführungszeichen unterscheiden. Echte Millionäre sind für mich nicht unbedingt Leute, die eine Million oder mehrere Millionen auf dem Konto haben, sondern echte Millionäre sind für mich Menschen, die immer wieder eine Million oder mehrere Millionen verdienen können, weil sie wissen, wie es geht, weil sie wissen, wie man ein Unternehmen dementsprechend aufbaut, wie man selbstständig ist, um diese eine Million zu verdienen, wie man es schafft, Dinge outzusourcen, wie man eine Website baut, wie man es schafft, Kunden zu gewinnen und so weiter und so fort. Das Mindset dahinter ist essentiell. Es geht nicht um das Geld, sondern es geht darum, wie man das Geld, was man hat, nutzt, wie man die Mittel, die man hat, am besten nutzt und wie man immer wieder fokussiert ist, immer wieder motiviert wird von sich selbst, langfristig diesen Erfolg anzustreben. Wie man es schafft, immer wieder Gas zu geben, wie man es schafft, immer wieder diese Tiefschläge zu überwinden, wie man es immer wieder schafft, von unten neu anzufangen, wie man es immer wieder schafft, von ganz unten nach ganz oben zu kommen, wie man jedes Hindernis überwindet. Das ist das, was ein wahres Mindset ausmacht. Und wenn du es schaffst, ein wahres Mindset, ein sehr positives Mindset über die Jahre zu entwickeln, dann bin ich sehr stolz auf dich und dann bist du auf dem besten Weg zur ersten Million. Denn leider wird ein negatives Mindset schon von Grund auf, von klein auf immer wieder geprägt. In der Schule, von den Eltern, die selbst Arbeitnehmer sind oder von dem Umfeld, das selbst aus Arbeitnehmern besteht. Immer wieder wird dir eingeprägt, du bist nur ein kleiner Fisch, du kannst nicht das und das schaffen, du kannst nur so und so und so und so in dem Bereich dich bewegen. Du kannst es einfach nicht zu etwas Großem bringen. Immer wieder hörst du das von deinen Mitmenschen, die sagen, ja, ich möchte doch nur etwas Gutes für dich, bleib doch bei der sicheren Sache, bleib doch lieber bei diesem Unternehmen, da verdienst du deine sicheren 2000 Euro. Und niemand sagt zu dir, verkauf dein teures Auto, kauf dir ein günstiges, kleines Auto, investier das Geld, was du daraus gewinnst, in dich selbst, kauf dir Bücher, kauf dir Programme, kauf dir Event-Tickets, um Leute kennenzulernen. Bilde dich selbst weiter, baue deine eigene Selbstständigkeit langsam auf, versuche neben deiner Arbeit, nach deiner Arbeit, was auch immer, etwas Zeit in deine Selbstständigkeit reinzustecken, um dann langfristig voranzukommen. Das Mindset ist essentiell, will ich damit sagen. Mindset ist so wichtig, weil das Mindset das Einzige ist, was dich im Leben antreibt und das Einzige ist, was dich zum Erfolg bringt. Es geht nicht um deine Skills, du kannst ein noch so guter Programmierer sein, du kannst ein noch so guter Designer sein. Es gibt so viele Menschen da draußen mit unfassbaren Talenten, die es einfach nicht schaffen, aus diesen Talenten Geld zu machen. Im Gegensatz dazu gibt es unfassbar viele Menschen da draußen, die komplett in meinen Augen talentfrei sind, die allerdings Millionen verdienen, die sich einfach nur gut verkaufen können, weil sie das richtige Mindset haben, weil sie wissen, dass sie es schaffen können, auch ohne unfassbar viel Talent zu haben. Es gibt leider viel zu viele Menschen da draußen, die unfassbar coole Sachen können, die richtig gute Skills haben, um richtig viel Geld zu verdienen, die allerdings das falsche Mindset haben und somit ihr Leben lang in einem 9-to-5-Hamsterrad gefangen sind. Wichtig ist es, das richtige Mindset über die Jahre zu entwickeln und damit fängst du an, indem du erstmal versuchst, Positivität in dein Leben zu bringen. Fang an zu meditieren, denk darüber nach, was du kannst, welche Chancen du hast und merke, dass du, wenn du noch jung bist, so viel Zeit noch vor dir hast, in der du dein Unternehmen aufbauen kannst, so viel Zeit hast, um Fehler zu machen, um diese Fehler dann langfristig zu verbessern und gute Dinge daraus zu machen. Du hast so viel Macht durch das Internet, alles zu lernen, was du nur möchtest. Du kannst heute anfangen zu lernen, wie man animiert. Dafür gibt es unfassbar viele Tutorials auf YouTube. Du kannst Blogbeiträge schreiben lernen. Du kannst alles machen, was du nur möchtest. Fang an, dein Mindset in die richtige Richtung zu bewegen. Das war es mit meinem Business-Podcast heute. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir ein Like und ein Abo da und wenn nicht, dann schreib mir in die Kommentare, was dir nicht gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein!